So lieber Krampus, du hast also Halsschmerzen, weil du so viel rumschreien musst mit den Kindern. Da habe ich was mit. Schau mal her, Latschenkiefer. Sehr gut. Und dann trinkst du noch ein Salbei-Date, wenn du daraus bist. Und dann wird das wieder mit deinem Hals. So lieber Krampus, du hast also Halsschmerzen, weil du so viel rumschreien musst.